Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Zero Brother Chronicles In den letzten Part haben wir vor dem World Cup das Szenario abgeschlossen Was ich sagen muss, das war bei mir leider sehr dürftig, das muss ich später noch nachspielen Weil sonst gibt's später hier keine weiteren Bonus-Dinger Nun mal kurz Waffen anpassen, ach da haben wir nur 2 Sterne, ja ok, können wir wieder, also das können wir knicken Na ja dann fangen wir mal an, seht ihr ja hier wie viele Bonus-Dinger es diesmal gibt Dazu aber später mehr, jetzt machen wir erstmal vorgehendem Herrenhaus Spielen wir Chris oder Jill, Chris oder Jill, naja wir nehmen Chris Redfield Der später irgendwie zum eigentlichen Helm des Resident Evil Universums geworden ist So wie ich das finde Na ja, dann starten wir einfach mal direkt los Ja und nehmen wir die gute alte Schrotflente Und auf los geht's los Das Spiel beginnt jetzt, alles klar Wir brauchen wir allein Die Mansion incident Das war die Nacht ich led die Starz-Alpha-Team into die Arklay Mountains Und wir touchedst down in den Surrounding Woods Wir waren zu sehen, dass die Disappearance des Brottle-Team At least, das war die Fake Die Realität war eine ganz andere Geschichte für die unsuspecting Mitglieder der Alpha-Team After being attacked by a pack of monsters Only Chris and a few others, including myself, made it to the mansion Everything was going according to plan Soon, I would have the research data that I needed What is this hall? What was that? I'll go check it out It's dangerous going alone I'll come with you Alright I will stay and secure the area I will stay and secure the area Das kann nicht passieren! Nein, wir sind zu früh! Verhalten wir sich so schwer. Zum... eigentlich... besten Intro ever Hoppla Hoppla Ach, Herr Jetzt fangen wir echt gut an Oh, komm... Moment Oh, oh, tu, 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 tu Ich bin ja mein Zoffy, das ist... ich bin ja mein Zoffy Ich bin ja mein Zoffy, das ist nicht Oh, ich bin ja mein Zoffy, das ist nicht Oh, ich bin ja mein Zoffy, das ist nicht Ah, und hier, da ist nicht Oh, und das war's Nein, scheiße Ich weiß, dass in Westphal Scheiße, Westphal Wir müssen einen anderen Weg finden. Nach dir! Dieses Ort ist nicht gut. Wir müssen weitergehen. Vielleicht finden wir sie ja. Oh. Äh, okay. Schließt mir in der Sonne. Äh. Ja, das ist nicht so gut. Oh, hab dir einen High Five gegeben, ne? Was? Ja, das ist nicht so gut. Was? Ja, das ist nicht so gut. Wir müssen die. Oh. Ist das nicht so gut? Oh, scheiße. 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 Don't kill. Ja. Oh. Just. Wow wow. I can feel something's close. Let's check inside. Okay, mama. No. This is easier to have us to just run. Oh. Yeah, nice. No, the ventilator has been fixed. No. 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 Scheiße. Oh. Das ist ja so! Kacke! Ja, ist verletzt! Bleib zurück! So Ach so Hey Hey Kannst du sowas aufhören Ach so Jetzt kommen die wieder Ah Das ist ja krass Und den Controllpunkt Den Den wünsch ich mir Ja Das ist ja Anscheinend ist ja Ein Haufen nichts Ah ah Ja so schnee Zauber Ja Ja das wird dir sehr schön Ja 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 Ich hörte, dass etwas aus diesem Raum kommt. Ich werde die Tür öffnen. Ah, ich komme schon! Ja, du kleinen Scheiß-Rex-Kack-Pack-Kerner! Ah! Ah! Halt, halt, halt Oh, das kriegt halt auch mal Oh, oh Oh, das geht nicht So! Ja! So! Hey, das ist doch mal ein! Ich seh das nicht eh nicht! Nö! Okay! Ah! Dicke! Wir machen hier ein paar Trägerichelle! Ich weiß sowieso jetzt nicht! Ich dachte wir haben sie bereits getötet! Sie kommen! Dicke! Da bin ich noch einmal drinnen. Da bin ich noch einmal drinnen. Da bin ich noch drinnen. Nein! Ach so schlimm bin ich nicht! Ach, lutsch mir doch ein! Ja, Mann! Ich weiß nicht! Du kannst es sehen. Ach ne, scheiß Trägerich! Das ist doch ein Geist, was ich? Oh Gott, der ist nicht für den Foren. Ich bin nicht für den Fein. Ich bin für den Fein. Wann sie ein? Wer ist für den Före? Mit dem Fein? Ich bin für den Före... Ich bin für die Före... Ich bin für den Fein. Ich bin für den Fein. Wenn ihr bloß wüsstet, wenn ihr bloß wüsstet, aber naja, ich hätte irgendwie ganz gut Das ist ein Problem, das ist ein Problem Ja, das ist ein Problem Ja, das ist ein Problem in den Sack. Oh, und, komm. Oh, und. Oh, na, komm schon. Wie kann das nur passieren? Okay, hilfvoll, hilfvoll. Ich würde sagen, Resident Evil spiele legendär. Oh, schöne Kopfschüsse. Ja, verschwende. Du Opferbracke. Ja, wer war das? Ja, let's check it out. Oh. Er schafft. Wer kann das wohl sein? Ja, was? Ah, scheiße. Oh, das brauche ich noch nicht. Ach, oh. Ah, der schiffst ja langsam. Der Schiff ist ja besser. Ja, ich würde ja, ich kann sie schießen. Ja so ist schön, bleib so wie du bist. So ist schön, so ist gut, so ist heftig. So, ich muss immer den perfekten Zeitpunkt mehr fahren. So klein, jetzt krieg ich wieder Eiterbeule. Ja, so, komm schon. Oh kacke, ich hab nur noch 6 Schuss. Ah, ich hab's drauf geachtet. Jill, the ladder! Ich werde nur an dessen Hilfengraus versagen. Ach, pass auf was dazu, meine Gewinne wurde erhört. Jill, die Chandelier! Es wurde verletzt, jetzt ist unsere Chance! Oh, Patscha! Ah, kacke! Kacke! Was wird es? Was wird es anstrengender als noch was? Weil ich hab nur noch die kleine doore Pistole. Ich hab nur noch die blöde Pistole. Ich hab nur noch die blöde Pistole. Ja, okay, ja. Ja, klettern wir nochmal die Ladder, aber warum nicht? Hab ja nichts zu verlieren. Außer mein Leben. Ja, Patscha! Ja! Okay, ziehst du überhaupt was ab? Ja! Ach, endlich stirb du Schlampe! Schlampe, du siehst! Schlampe, du siehst! Chris Redfield, von Alpha Team. Alpha Team? Thank goodness! Everything's okay now, Richard. ... ... ... Ja. Alles wird gut! Oh, pace! Ja! Toll! Yeah! Baby! Gang B! Profil von Jill Valentine erhalten. Profil von Chris Bedfield erhalten. Profil von Kenneth J. Sullivan erhalten. Profil von Forrest Bayer erhalten. Bemerkung zu Stars erhalten, Bemerkung zum Herathaus-Argley-Labor erhalten, Bemerkung zum Scharlachkopf erhalten, Scharlachkopf, keine Ahnung, Vorgänge im Herrenhaus 2 ist jetzt freigeschaltet, Rebeccas Szenario Albtraum Kapitel 1 ist jetzt freigeschaltet, Ja, das ist ja sehr schön, ich würde sagen, das sehen wir uns im nächsten Part an, denn jetzt mache ich mal einen kleinen Cut für die Folge, über Likes und Kommentare und Feedback würde ich mich sehr gerne freuen, Insofern danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal bitte wieder einschalten, Tschüss!